So, wenn ich mich kurz vorstellen dürfte, ich bin hier VIP. Das Soundtrack ist gut. Vorsicht, Schwester, er ist exzentrisch und sehr gefährlich. Okay, wir müssen los. Wo finde ich ihn? Warte, ich lege eine Augsperre auf seine Position. Gefuttet. Klingt nach einem guten Spiel. Würde mich aber niemals ergeben. Kommt man da hin. Ja komm! Nach rechts hat er verkehrt. Da sind Vögel hoch geflogen. Das wird ihm doch bestimmt voll auffällig vorkommen. Ach, da ist er ja wieder. Wie viel? Alles tut weh. Sie läuft zum Haus der Großmutter. Den Kauf voller Leckereien. Ey, du sprichst gar nicht von mir, du sprichst von Rotkäppchen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nicht Rotkäppchen. Aber der große, böse, hungrige Wolf. Auf der Jagd den Walden. So. Wolltest du bitte keinen Kopfschuss abfahren? Ja, hier haben wir wieder den Spaß. Mit der Kletterei. Kletter hoch. So. Was soll ich denn los? So. Ich glaub, es gibt wirklich mal was aufs Maul. Hup! Das ist ganz schön stressig mit der Kletterei, wenn der auf einen schießt. Vielleicht kommt er doch wieder. Oh je, Dylan. Wie kleine, stumpfe Zähne du hast. Oh. Oh. Sollen wir das bitteschön? Oh nein. Oh je, Dylan. Wie kleine, stumpfe Zähne du hast. Oh. 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 Dazu schießt also mit der Zeit die Platten. Hm. So kann ich Zeit verlieren. Oh je, Dylan. Wie kleine, stumpfe Zähne du hast! Wie kleine, stumpfe Zähne ich habe. Ja, woher weißt du von meinen kleinen, stumpfen Zähnen? Oh yeah. Slowmo-Sprung. Okay, jetzt sind wir im Einkaufszentrum. Hier ist sicher. Schauen wir mal, wie wir rausgehen. Keiner mehr da. Hallo. Hihi. Gut, dass wir das geklärt haben. Fickt euch, Jungs. Ahaha. BAMS! Oh dear. Komm. Ja, was brauchst du? Aufs Mal? Bämst du haben? Bämst! Cool. Direkt erschossen aus nächster Nähe. So macht man das. Und pass auf, Hubschrauber. Nein. Aber gleich. Oh, siehst du? Da. Hört. So, komm. Komm, 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 komm. Hüpp! Ist das stressig. Die ganze Zeit den Wechsel. Da schießt du auf einen. Hallo. Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören, ja. Weiter schlafen. Aber da lag noch gar keiner Barlas. Oh, falls einer da gelegen hätte, dann müsste ich hilflich bleiben. Oh Gott. Autschi. So. Ich hab voll den guten Plan. Geht auf dich. So, komm. Einmal eine Logikbombe drauf. Ja, du darfst mir jetzt gerne. Okay, ich brech mir keinen Nagel ab, glaube ich. So, jetzt kann ich wieder. Sie ist im Grunde reaktiv. Machen wir ein, dass es gerade nicht ging. Und du kriegst noch was. Fängt das wieder an. So. Hallo, ich werde beschossen. Ich brauche Hilfe. Hey. Spät ihr penntet mich hier einfach ein, oder was? Hier ist ein komischen Pack. Hallo, schieß halt auf das Ding. So, geht doch. Der war schwer zu treffen. Ähm, so. Ah, hier. Zur Luftrettung. Ja. Geniale Idee. Gehen wir nach oben zur Luftrettung. Wo? Und BIMS. Hey, guck mal. Ja. Du bist gar kein Problem für mich, Kleiner. So. Einmal hier aufmachen und es geht weiter nach oben. Jetzt sind wir gleich auf dem Dach. Ich habe kein gutes Gefühl. Hey, mit dir habe ich hier gar nicht gerechnet. Nillen, spiel nicht mit diesem Freak. Wenn er dich unvorbereitet erwischt. Ja, okay. Genug gelabert. Danke. Klau den Taut aus diesem Spatzen her und geh zu Silacat Lee Wells. Okay. Ich habe eine Idee. Sei auf der Ruhe, Schwester. Der Kerl hat's in sich. Das hat so ein bisschen was von American Gladiator jetzt hier. Wie er hätte es gedacht. Die großen Dillen sind zitternd, die einen wirklichen Dillen verbrauchst. Okay. Oh, 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 oh. Dieses kleine rotkäppchen bekam einen Kof voller Arsstritte. Oh ja, den ganzen Kopf voller Arschtritte. Oh, Slow-Mo. Alles. Ist nicht schön, was du da machst. Da geht schon ein bisschen in Amok gerade, oder? Boom, wo bleibt die Explosion? Ich hätte jetzt gerne eine Explosion gesehen. Okay, Edge, Trace ist weg vom Fenster und ich habe den Zugangscode. Jetzt ist keine Zeit für Medaillenschwester. Finde Silla-Cartier-Waltz und überrede sie, das Rückverwandlungsprojekt aufzugeben. Los! Überreden ist gut, ne? So, von irgendwo, von wo aus man Eiffelturm sieht. Ich glaube, das war der Eiffelturm, oder? So, kann schon sein. Ich glaube, das müsste er sein. So, hüpf' hoch. Wir würden. Ah, da geht's rein. Jetzt sind wir schon wieder im nächsten Bordell, oder was? Ich habe sie ja ganz schön zugerichtet. Mach mir das. Moment. Ich würde irgendwo... So einen. Ja. Wenn ich welche finde, dann mach ich dich... Ey, diese Roboter... Genie ist waiting for you. Janine is waiting. Ja, die warten alle auf euch. Also meldet euch da mal, Leute. Kommt da mal vorbei, ne? Die wollen ein bisschen... Gesellschaft, die wollen jemanden zum Reden haben. Das muss es sein, ja. Der Hauptmann kommt doch gleich nochmal. Da ist... Da gab's doch keine Explosion, der ist noch nicht tot. So, einmal rüber auf die andere Seite. Dann hier ran. Dann rutschen wir einmal runter. Da drin wird aufgeräumt. Boah, boah, boah. Moin. Was soll ich einkaufen? Was gibt's denn? Diktat. So, memorize und descenseln. So. Also, das kann man so aufziehen. Und da geht's auch gleich wieder zu. So, da sind wir wieder. Waren ja lang nicht mehr hier. Hm, 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 hm. Komm mir unbekannt vor die Ecke. Aber ist dir egal. Und. Na, übst du wohl da rüber? Trace hat die Zentrale mit Kugeln durchsiebt. Dieser Irre. Ja, nur so ein bisschen. Und, haben wir jetzt die Zugangskurse wenigstens? Oh. Hey, ihr Rittverwandlungskanalien. Macht euch mit. Schlapp sich. Ja, ja, Kitt. 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 Okay. Neue Gegner sollte. Kontrolliert die lieber. Und ich kann nicht drüber springen. Ich spring halt drüber. Genau. Wisst ihr was, ihr Penner? Jetzt reicht sie mir. So.